Was geht ab ihr Wils und willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Heute haben wir mal jemand ganz besonderes dabei und zwar den lieben Peric. Hallo. Und wir spielen einfach mal ein ganz normales Normal. Ich Jasu in der Mitte und du Rise of the Toplane. Genau, ich habe Rise of the Toplane. Eine Aufnahme, ja. Ja, dann bin ich doch genau richtig, um zu sterben. Genau richtig. Ich weiß nicht, wollt ihr entwaden oder was? Könnten wir machen. Ich hätte eigentlich mitgehen können. Musst du also mal gucken gegen Vladimir, der hat keinen Teleport. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Teleport fand ich auch nice. Ich meine, bis vor kurzem wussten so viele nicht, dass man das auf den Tower machen sollte. Und dann habe ich immer 10.000 Leute gesehen im Rank, die immer genau neben... Das war ich letztens auch. Neben Minion, neben Tower. Neben Minion, genau neben Minion. Und ich dann nur, oh god dang. So troll. Ich hoffe, das Wingion ist am Tower und es wird einfach da drauf teleportiert. GT. Kev. Komm jetzt mal auf, ey. Da kommen hier die Massen. Die Massen kommen hier so schnell. Okay, es wird wohl ein großes Together. Eine große Aufnahme. Die Aufnahme. Ist das eine Aufnahme? Nice. Es ist keine Aufnahme, es ist eine ganze Party. Ja, ich bin einfach mal straight. Ich dachte, du warst weg, Ivan. Was ist los? Na ja. Jetzt haben wir heute einfach mal 1.000 Leute dabei. Es ist kein Together, es ist eine ganze Party. Ah. Oh, du spielst auch gegen Minion, so nice. Oh fuck, ja, sehe ich auch gerade. Mal gucken, wer der beste ist. Das ist natürlich nice. Ich spiele übrigens Rise, Ivan. Nice. Ohne Mana rune. Kev, was ist denn jetzt? Lass jetzt mal deinen Mainfeeder auf Diya Promo. Diya 1 Promo. Ich glaube, ich rufe wegen Inaktivität jetzt gleich. So mad, dass ich nicht mehr spielen will, sowas. Ja, zur Zeit spiele ich gar nicht. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mach ich die G. Warte, ich mach mal ein Kev, dann sehen sie was. Klar, go. Diya 1 Kev, Challenger. Dune. Let's go, what the fuck. Dieses random Gelaber. Ivan hat auch keine Skrupel, weil sie gelabert auch einfach drauf. Ja, das ist einfach drauf zu. Einfach egal. Aufnahme. Warte, denke ich. Aufnahme, genau richtig. Da ist er genau richtig. Ah ja, Informativus Gelaber. Wahrscheinlich geht's... Ivan geht immer alle Channels durch und guckt immer, ist hier ne Aufnahme. Ja, nein, schade, okay, nächster Channel. Da, nennt jemand auch. Kann ich sein? Hahaha. Hälsen. 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 Oh! Unser Team ist ein Felix. Dangorize ist auch ziemlich strong. Aber ihr macht gar nicht mehr gerade euer Team Rank, oder? Ne, momentan eher weniger. Hälsen. Hält ja aber irgendwer. Alle ziemlich busy, ja. Busy in the queue. Wow! Botlane ist ja ein Rape. Das ist meine OP auf Botlane. Deine OP Abonnenten. Ja. Jetzt hab ich mein bestes Team. Mach ihr die OP oder was? Wir machen, ne, normal Gel noch mehr. Okay, jetzt bin ich vielleicht auch mal gleich dran beim Kill. Nein, ich arbeite oben auch schon schwer drauf hin. Ah, komm. Danke. Nice. Er wollte ihn einfach nicht nur mal bladen. Bist eigentlich auch immer so jemand, der immer einen Loy Nexus vor dem Game guckt? Äh, ja, ab und zu machst das noch. Das ist immer ganz, ganz nett. Kev, mach jetzt einen Stream an und spiel dich auf den Trommor. Einfach. Ich will den Chat trollen. Du willst nur sehen, wie du willst einen Trommor kriegen. Ich will einfach jedes Mal sehen. Das wird ein Lose, das wird ein Lose. Und dann geh ich raus und win. Oh shit. Auf uns gegankt. Ich glaube, ich müsste die Ansage auch noch mal neu machen, ne? Das ist kein Together, das ist Random Talk. Random Talkgather. Random Talkgather, genau. Wie läuft es bei dir? Sein Smurf schon auf Dia 1? Bei mir? Ja, bei dir. Ich kann auch schon, dass ich jetzt mal in Dia 4 Promo reinkomme erstmal. Wusstet ihr, dass man irgendwie nachgucken kann, der wieviel beste Mann EU West ist? Ja. Da gibt es irgendwie LOL Skill oder so. Aber bei LOL King steht auch da auch deine Dings. Deine Fläche. Echt? Die Platzierung? Ja. Wissen gar nicht. Dank Toplane ist eigentlich relativ gediegen. Ja, vor allem wenn du Early gewinnt schon mit Ryzen, dann solltest du Endgame auf jeden Fall trocken. Spiel gegen Flood. Und wer hat der Jungle bei denen? Der Jungle ist Rukong. Der war aber noch nicht da. Er hat gerade immer Mitterhame. Ja. Wir sehen, ob es dumm ist, Ryzen braucht die Kamera. Ja. Ah, der ist eh zu Instant Kill eigentlich. Ich habe jetzt halt schon 4 Items an. Minute 6, Träne, Mana Stein. Ja, ist ganz gut. Wir haben auch den Bei-Jazuo-Combo. Ah, das ist ziemlich cool. Ich habe letzte Runde mal im Ranked-Jazuo und eine Oriana gegen mich gehabt. Und wir haben einmal Oriana einen 5-Mann-Catch gemacht. Und dann einen gefielten Jazuo da rein seine Ulti. Komplett sofort instant alle down. Ja, das ist echt okay. Das war so heftig vorm Boot. Ich finde auch Yasuo immer noch super stark. Ja, finde ich auch. Also, auch wenn die den nicht mehr so oft spielen jetzt. Aber ich finde den immer noch super strong. Ich habe mit und gegen übelst viele zu letzter Zeit gespielt. Aber nur noch als richtig Katastrophe. Fuck, ich sterbe auch noch nicht. Ah, schade. Ich klicke gerne auf mein F. Wo ist mein Flash? Wo ist mein Flash? Aber nein. Kev hast schon das neue Bild von Taill aufspielt mit Harrikan? Ja. Und? Rape. Rape, ne? Ja, Rape of Doom. Holy moly. Da hat man Team Rank gemacht. Da hat man so ein Troll-Team gemacht. Da, wo ich dich gefragt habe, ob du mich machen willst. Ja. Hatte ich Kale mal gespielt und das war einfach übel krass. Gegen Yasuo hatte ich gespielt. Warte. Warte. War das nicht sogar wenn du dabei warst? Ja. Da hab ich ein bisschen Turku. Ja. 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 Was mach jetzt mit Lee-Syz-Hurrikan? Da ist mein E noch stronger. He, he he. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ nědamas Ich hasse Kill, ich hasse Kill gegen die zu spielen, Alter. Kannst du einen Rank machen? Sonst dropp ich. Gav, please! Shit! Nooo! Activate the stream and go in ranked! Wo bist du denn? Dia 2? Wie ne? 78 Punkte oder sowas? Mein Smurf ist 78 Punkte. Ja, das mein ich ja. Auf meinem Main bin ich auf 0.5. Dia 2. Ah, du bist auf 4.2! Ich fail! Ja, Leute, los! Alter, los der Challenger! Der Jungler kommt um mich zu fienden. Der Jungler kommt einfach um mich zu fienden. Na los! So krass, wenn du einmal ahead bist mit Ryze, ne? Ja, Ryze ist eine Messemaschine. Und im Endgame brauchst du noch nicht mehr ahead zu sein. Du wirst einfach so ein Biest. Du gehst einfach rein und bist okay. Ich hab einen Blue-Buff jetzt sogar, nice. Ryze mit Blue-Buff ist auch nicht gut. Wie läuft der Mitte bei dir? Ja, ich muss es leider gestehen, dass er, glaube ich, ne Ticken besser ist als ich. Also 2-2 ist noch, aber er hat jetzt mal einen Tower und Farm ist auch. Oh shit, vor mir. Na gut, aber die Lanes laufen eigentlich. Bottom läuft, Top-Lane läuft. So ist eigentlich alles cool. Wenn wir dich nachher noch ins Game kriegen, dann ist alles gut. Ich ult einfach nachher mal rein beim Knock-Up und dann bin ich wieder back. Genau. So sieht's auch. Kasadin geht da auch wieder ganz witzig ab, ne? Hm, Kasadin geht da auch wieder, wenn es spät wird. Mhm. So, ich hab jetzt Rod Minute 10. Sagen, ich bin ab. Gefeeded vom Jungler. Gefeeded vom Jungler und vom Top-Laner, ja. Finde ich auch am besten, wenn die Jungler einfach Minute 3, ähm, Level 3 Gang kommen und dann sofort erstmal den Mitleiner feeden. Double-Buff gegen dich. Das ist immer GG dann. Freut man sich richtig. Ich sag jetzt die ganze Zeit, wir haben grad ne Wayne, die gegen unseren Malfight Top-Lane spielt. Und ich sag einfach, swap doch einfach die Lanes. Deiner reagiert. Oh oh. Ich sag, ich weiß ja nicht, ob du schon mal die in den Risen spielt das, aber... War nicht so der gute Move. Der Fladimir, weißt du, er hat die Hälfte von meinem Farm und er geht halt immer noch weiter in mich rein, ne? Er geht immer noch All-In gegen mich. Das ist so geil. Weißt du dich manchmal wirklich, was bei den Spielern los ist? Das ist so geil. Aber die haben auf jeden Fall die Braume-Jazoo-Combo. Ist egal. Mit dem miesen Nogger. Du bist so geil. 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 Ich bin jetzt mal weg. Ich bin schon mal für die Schwesternaufnahme, ne? Ciao, ciao. Reicht das, Ivan? Ich bin schon mal für Ranks ab. Capstream! Er geht jetzt online. Ist das mal für Ingames, bitte? Mach ihn an, Junge! Mal gucken. Ich werd einfach top bleiben, ne? Ich werd einfach die richtig durchdrücken, die Lane. Ja, mach mal, und dann komm einfach mit wie, 4 in die richtige Fight rein, und dann haben wir's. Na gut. Vielleicht muss sie auch jetzt schon kommen. Guck mal Richtung Mitte. Oh oh. Wurdest du schon mal so richtig zerstört? Ich bin gefiedet, wie ein Boss. Hüppekill in der Mitte abgeholt. So macht man das. Hey Ivan, ich spiele übrigens Rise immer mit Doppelrot. Was sagst du denn dazu? Ivan ignoriert mich jetzt. Sprachlos. Sprachlos. Ich spiele das mit Shwokhout und Fight, ich muss jemanden hören. Doppelrot of Ages spiele ich. Es gab doch mal so einen Streamer, ich weiß gar nicht, ob du noch streamen. Kennst du den? Der hat auch mal nur Rise gespielt. Der ist auch schon so vor einem Jahr. Ja, genau, genau so hieß der. Der hat auch nur Rise. Der hat immer auf 1 gegen 5 gespielt mit seinen Viewern. Der war auf jeden Fall auch nur Rise. Nice. Wie deinem war 1 gegen 5. Weiß nicht, irgendwie hat der Vladimir noch nicht so verstanden, wie das hier abläuft. Er hat nicht verstanden, dass ich gefiedet bin. Vielleicht lässt du dich einfach auch nur gewinnen. Ja, der hat gedacht, okay, ist Aufnahme und dann... Ja, ist Aufnahme, komm, da fieden wir mal ordentlich rein. Warte, dich gut darstellen müssen. Das ist nett. Mit dem Wardling? Könnte ich vielleicht noch kommen. Ja, ist. Ah, Bulli schafft er doch auch nicht. Warte, jetzt kommen wir nur in die. Mämm, sind ja sehr schön. Endlich mal. Endlich mal ist das Team mit dabei. So, dann kommen wir mal an E drauf. Bitte. Bitte. Danke. Nice. Da kommt er ja so. Im Late Game. So, Doppelrot, Minute 14, ready. Ich würde sagen, ich bin... ...zu sehr gefühlt. Ich bin einfach so krass tanky. In Minute 14, dann habe ich einfach 2600 Tablet. Ja, und jetzt bist du, das ist einfach ein Käser. Einfach GG. Ich bin einfach nicht. Einmal Teamfight kommen, also... ...jeder rein, bin einfach Tank. Bitte. Oh, der spielt ganz gut. Ja, ich habe Exa. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Ich lasse mir extra meine Teammates dann noch sterben, damit ich den Kill bekomme. Man muss immer auf seine Stats achten. Ja, das ist das Wichtigste. Guck mal, du stehst doch 5 auf 1. Oh, ein Blubuff. Nice. Oh, hi. Hi, Caitlin. Du willst gar nicht. Caitlin. Ich weiß auch nicht, ob dir das bewusst ist. Boah, ich bin gefiebelt. Wie so ein Panzer einfach nur. Muss aber gleich TP in die Gegner reinmachen. Tanks alles durch. Fertig. Rüht die an. Nice. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Achtung. Komm, da geht noch ein bisschen was. Oh, den hätte ich beinahe auch noch gekriegt. Und dann wäre es noch der Supporter gewesen. Ah, ne, doch nicht. Der Supporter ist schon da. Oh, shit. Der Supporter, den habe ich schon gerackt. Ah, ich habe jetzt auch... Vor allem, ich gehe jetzt auf Frozen Heart. Ich meine, guck mal, der Flannimir ist total down. Und die haben nur den gefielten Yasuo und den Rufon, wie er vielleicht noch Schaden macht an mir. Was wollen die machen? Ja, die haben halt recht viel Knock-Up. Ich denke mal, das wird ja auch ein Premade-Team sein. Da haben sie wahrscheinlich alles auf Yasuo aufgebaut. Aber wenn ich Amor jetzt baue, Frozen Heart, dann ist es vorbei. Das Anim-Gelände. Du kannst dich surrendern eigentlich. Ich kann das nicht mehr so machen gegen mich. Guck mal, ich habe jetzt schon Minute 16, 3000 Mana, 2700 HP. Einfach OP, ne? Ich hatte einfach vier Minuten nach dem ersten Rod, hatte ich schon den zweiten. Da war mega gefeated worden. Heißen die auf First Button alles ja, ne? Ah, ich hatte, ne, First Button hatte Bot-Lane. Achso. Ja, stimmt. Ich hatte meinen Kill sogar nach, äh, als letztes aus unserem Team. Flatt hat ziemlich lange noch übrig gehalten. Der Flatt geht auch einfach, stimmt, auf. Einfach auf. Abgehen. Das Feldbremseitende. Okay, da hätte ich mich reingehen sollen. Nein. Na gut. Aber nein, er meint doch immer noch, gegen dich zu traden, ne? Also, dass er unter den Tower geht. Das Geilste ist, er geht ja weg erst, weißt du, und dann dreht er um und macht seinen Pool an. Dann macht er Turnaround. Das ist dann... Macht er Pool an und geht in mich rein. Das ist einfach GG. Ich habe mir wieder den Blue-Buff geholt. Rise mit Blue-Buff ist nicht strong. Geilste ist einfach die Ulti von Rise. Wenn du die Spell spammst, ey, du hast einfach null Cooldown auf der Ulti, ne? So, OP, ja. Vor allem, wenn wir mal groupen, ne? Echt. Das wird so lustig. Das ist ja das... Das finde ich ist das ekelhafte an Rise, weißt du? Du bist irgendwann so tanky und machst trotzdem Schaden. Das ist einfach so widerlich. Ja, wie gesagt, das ist halt wie so ein Toplane-Tank, finde ich auch echt. Ja. Ich meine, das dauert zwar eigentlich lange, aber... Du wirst doch alles. Keiner kann irgendwie... Wenn Adi-Carry dagegen nicht kommt, den ballerst du so weg. Ich werde einfach einfach Amor in den Bossen. Dich kriege ich. Ein Feind hat sich geblasen. So, und wir kommen. Dann... Du hast auch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Nice. Na, scheiße. Der hat mich getroffen mit seiner Ulti. Oh, nurse! Bing! Am Fienden! Mal gucken, ob wir da noch ein Death auf dir bekommen. Oh, du bist ja weggerattet. Ah, ich hab schon reingefeeded hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aber jetzt hab ich Frozen Heart. Ich komm mal gleich auf die Botlane und dann... ...machen wir die mal tot. Oh, guck mal, der Ryze kommt! Guck mal, wie der engaged! Der hat engaged mit dem Pool. Der Flood ihn jetzt so geil, ey. So ein lustiger Buch, ey. Oh nein, es kommt jemand... Juhu! Jemand kommt auf die Botlane. Schnell! Ja, machen wir alles, was in den Weg kommt. Ich komm auch noch von hinten. Oh nein! Nein! Don't... Don't do that damage to me! Schade, ich wollte eigentlich jetzt keißen. Hat nicht ganz geklappt. No, ich werde aufgehalten. Oh, warte, jetzt mal hier ist mein Freund. Ja, so. Ich muss ein bisschen aufpassen. Lass dich da mal ein bisschen ran. Oh, shit. Ja, ja, so geht das. Sagen. Irgendjemand ist gefiebelt von uns. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. The baits? Baits are real? Nice, die war weg. Ciao. Da haben die Gegner Glück gehabt, dass Rise kein Damage gemacht hat. Dein Itembild normal. Nein, ich will den Red. Habe ich ihn bekommen? Ja, ich habe ihn bekommen. Good job. Oh, guck mal. Er kommt. Die wollen mich töten! Okay, perfekt. Wir haben auch eine Suraka-Ulti für dich. Oh, shit. Das Damage ist nicht auszuhalten. Mit Damage ist real. Ich habe 2600 Gold. Jetzt hole ich mir noch meinen Dark-Interest-Dach. Dann ist es vorbei. 3600 Mana habe ich. Wenn er so richtig, richtig, richtig tanky ist, finde ich auch Braun. Der springt auch rein. Vor allem, du kannst auch einfach, wenn du mit dem Gefühle bist, Alter, du kannst in fünf Leute reinjumpen und dein Team alles wegbelocken. Das ist so episch. Vor allem gegen so Leute wie WMF, Caitlyn, Eswil oder auch Lucien-Ulti. Du kannst dich ja komplett abfangen, wenn du dich davor ballerst. Einfach E drücken. Weil ich bin auf dem Weg. Oh nein, weil. Sehr gut. Turn around. Turn around. Jetzt aber. Nein. Winnie, äh, Winnie sag ich schon. Nick, Nick, da musst du schon früher aufschneiden. Oh, oh, ja, ich brauche gleich mal meinen Infinity Edge. Oh, Braun, der Braun. Nein. Oh, oh, da ist mir auf Tower. Ups, Kalle. Nein, ich wollte den anderen. Engage, nein, eigentlich andere. Engage. Oh, ich habe ihn festgehalten. Fokus, Support, okay. Was? Orake tüttelt ihn nicht. No. The road to ruin. Ehm. Ist immer so teuer, dieses Infinity Edge. Ja, stimmt, ja. Ist ja niemals so ein Sale ist oder so. Oh nein, ich habe Akku. Es ist einfach geil, wie er einmal mit seinem Schild kommt. Aber was ich echt schade an Braum finde, dass er keine Wardjump kann. Das würde ihn nochmal so richtig, richtig geil machen. Ah, das würde ihn okay machen, glaube ich. Das würde ihn okay machen, glaube ich. Die sind aber auch echt immer noch fleißig am verteidigen, ne? Das wird hier verteidigt bis auf den letzten Mann, also. Das wird hier echt noch ein ewiges... Das wird ein Blutbad hier. Einfach so ein ewiges Schlaf. Bis echt hier der Nächstes zerstört ist. Ich will nicht vergessen, wer ich bin. Sind einfach Minute 24, ey. Da kommt mir vor wie Minute 40, ey. Ja, stimmt. An dem Jahr. Krass. Mal gucken, ob ich mir hier irgendwo einen wechseln kann. So, ich habe meine 4K Gold. Hallo. Oh, komm her. Kommt her. Nein. Kommt doch her. Oh nein. Oh, da ist der Catch. Da wurde ich gebohnt. Da war er greedy. Da war ich zu. Oh, oh, jetzt gehörst du das ganze Team da, glaube ich. Ja, jetzt kommen die ganzen Shutdowns. Terrik hat wieder reingeschrieben. Jetzt haben wir das Maßlos übertrieben. Jetzt haben wir, ich glaube eindeutig, das Game hergegeben. Ich hätte da den Turnaround hinbekommen. Schau mal, ob es ist. Nice. Warte, ich mach Penta. Hab's gleich. Fuck. Du hast auf jeden Fall eine Penta mit deiner Tastatur gemacht. Ja, einfach. Das war voll zu. Ich war sehr konzentriert. Ich hatte, ich habe dran geglaubt. Press Q and E. To win. Q and E to win. Oh, jetzt kommt das Turnaround. Ah, die waren noch ein bisschen zu tanky an uns. Wir werden gleich noch. Hourglass. Geil. Sehr gesitzt. Hau rein. Eigentlich mal den Blue-Buff gönnen. Aber macht man das wirklich, dass man nur zwei Rod of Ages baut? Ähm, nee. Das machen eigentlich nicht viele. Aber ich spiele ihn gerne mal so, weil ich finde, wenn du, vor allem wenn du Early nicht zu krass zerstört wirst auf der Lane, dann kannst du wirklich Blue-Buff, äh, Rod so rushen einfach. Dann kannst du zweimal Rod bauen und das macht dich so tanken und gibt dir auch vor allem AP. Naja, ist einfach alles, was du brauchst halt nur auf dem Item. Ich sag mal so, es skaliert viel mit Mana bei Ryzen, aber es gibt auch Spaces, wenn wir halt mit Papinen, äh, mit Appen. Zoraka, carry. Carry us, Zoraka. Und? Yes. Nein, ich muss ihn wieder verzieren. Nope. Oh Gott, Alter, der Damage macht nicht zu strong. Ah, Jazu macht auch nicht ein Damage. Ich würde sagen, wir haben sowieso so ein Team, was ziemlich viel Damage rausballert. Ich hätte auch noch vorhin mal ein bisschen, da kommt der Nick aus sich raus, ja, 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 der Enrage. Als Geheimwaffe sozusagen, vom Team. Ja, der Ryze war eigentlich nur, Ablenkung. Ja, genau, das ist nur Ablenkung, er wird nur vorgeschickt, weil alle denken, oh, guck mal, der ist gefeedet. Let's rape Ryze und dann kommt der Jazu. Klatscht alle weg. Oh nein! Guck, alle engage auf dich. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, oh nein! Boah, ehrlich, ich kriege da Damage. Guck, und da kommt der Jazu da rein, zack, und zack, und zack, und zack. So, nicht anders. Das ist ja so, war das nicht klar. Ich werde gefeedet, wir gehen alle auf mich, und dann kommt mein Team. Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ja. Genau so muss man das spielen. Das ist einfach OP. Oh, ich sehe schon, du machst auch ein bisschen Damage. Oh! Oh, agreed! Oh, agreed! Nein! Oh, dann hättest du deinen letzten Kiegel von den letzten, glaub ich, zu killen. Oh! Oh! Die armen Soraka, muss die ihr Leben lassen. Oh mein Gott! Ich finde es gut, dass die Gegner auf jeden Fall hier gegenhalten. Ja, man sieht es auch noch, wenn man kriegt noch richtige Probleme, obwohl sie so gefeedet sind. Wir müssen jetzt auch gleich mal was überlegen, wie wir hier weitermachen, sonst wird das nichts mehr. Vielleicht einen strategischen Baron rück-zurück sozusagen. Oh, die, oh, die Caitlyn, die Caitlyn. Caitlyn, ich bin on the run! Wow! Wow! Da ist der Ryze! Oh nein! Du stehst einfach. Einfach, man! Du fetter Mann! Slow mich doch nicht! Boah, alter. Das ist mal Baron. Ich habe 500 AP, überleg mal. Obwohl ich mit Ryze eigentlich auf Mana gehe. Ich habe noch nicht mal einen Rabadons. Wenn ich hier noch Rabadons kaufen würde, dann... Ja, das ist eklig. Aber ich habe Fullbild. Du hast Fullbild, wollte ich auch gerade sagen. Minute 28. Hm. Quatsch, scheint hier nicht so stimmen. Oder ist alles richtig? Ich habe Spellwamp eigentlich immer ganz cool. Was spielt es eigentlich als zweites, wenn du nicht AD Carry spielst? Support. Support? Im Rank spiele ich eigentlich nur Support. Support oder AD Carry. Oh, das ist so die Lane, die du gar nicht magst. Oder gibt es das noch? Top, mein Gott. Top. Top lane rise, richtig? Top lane ist echt so. Also ich kann einfach... Ich habe das nicht drauf. Ich weiß nicht, wie ich traden kann, weißt du? Das ist so eine Sache. Top lane wird einfach durch Early... Durch die ersten zwei Level wird das entschieden, finde ich. Wenn du da nicht gescheit traden kannst, dann... Aber wenn du 1-0 stehst, top lane hast gewonnen. Ich bin einfach eingefangen, im Kleinen. Das war es dann, glaube ich. Ich war jetzt ein taktischer Barron und... Good job, meine Söhne. Ja, der Katelyn lohnt es, ey. Oh, okay. Ja. Danke, obwohl ich so echt so gefilert bin. Ey, der Braum, der tankt. Ich töte den auch nicht. Bam. Ehrenkodex, sozusagen. Boah, Alter. Der wurde deleted. Tja, ich würde sagen, das war auch dann eine sehr, sehr feine Runde. Gut, schaut mal bei Nick vorbei. Link zu seinem Kanal und zu dem Game hier. Steht in der Beschreibung drin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Dasselbe auch bei mir. Einfach in die Beschreibung schauen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.